Hallo alle zusammen! Ich bin gerade auf unserer Terrasse und guckt mal, kennt ihr dieses Tier? Wie heißt dieses Tier auf Deutsch? Das ist eine Spinne. Wir sagen dazu die Spinne. And how do you say the web, like the spider web? What is that called in German? Wie heißt das auf Deutsch? Das ist das Spinnennetz. Das Spinnennetz. Und wir haben auch eine Redewendung, die heißt Spinnst du? Spinnst du? It's like, are you crazy? So literally it's kind of, do you spider? But it actually comes from the verb spinnen.